Ich denke, wir sind uns alle einig, dass die letzten Tage sehr, sehr volatil waren am Kryptomarkt. Genau aus dem Grund fragen sich sicherlich einige, wie man in solchen Situationen optimal handelt, wie auch so ein Portfolio in solchen Phasen aussehen könnte. Wir sind ja momentan einfach in einer relativ schwierigen Marktphase, einfach aus dem Grund, weil wir nicht offiziell den Bärmarkt für beendet gelten können. Wir können aber auch noch nicht davon ausgehen, dass wir jetzt schon in einen neuen Bullenmarkt gehen. Und deswegen denke ich, herrscht da relativ viel Ungewissheit bei vielen von euch da draußen. Und genau aus dem Grund werde ich euch heute konkret vorstellen, wie ich jetzt gerade in der aktuellen Situation 10.000 Euro in Krypto investieren würde. Ich werde euch eine konkrete Portfolio-Vorstellung geben, dass ihr exakt wisst, zu wie viel Prozent ich jeweils in die jeweiligen Projekte investieren würde. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr das natürlich auch 1 zu 1 so nachmachen. Das ist jetzt auf jeden Fall mal so, wie es ich machen würde. Ich stelle auch extra zwei verschiedene Portfolios vor. Eins mit etwas weniger Risiko und das andere wird dann mit ein bisschen mehr Risiko sein. Natürlich dann auch dementsprechend mehr Potenzial. Aber dass ihr da auf jeden Fall Bescheid wisst, dass ich zwei verschiedene Portfolios vorstellen werde. So starten wir direkt mit dem ersten Portfolio, also mit dem etwas risikoärmeren Portfolio. Und da seht ihr schon relativ schön die ganze Übersicht, wie ich das Ganze mal gestalten würde. Und nochmal wichtige Info vorab, was die Portfolio-Aufteilung betrifft. Ich würde euch immer empfehlen, wählt zwischen 6 und 12 Coins in eurem Portfolio. Also ich würde das Ganze auch nicht überdiversifizieren und dann mehr als 12 Coins nehmen. Weil dann wird das Ganze auch wiederum kontraproduktiv. Weil wenn ihr irgendwie 20, 30 Coins in eurem Portfolio habt, klar, dann kann mal einer von den 20, 30 Coins ein 10, 20x machen. Aber das macht sich dann echt kaum bemerkbar in eurem Portfolio. Einfach aus dem Grund, weil ihr viel zu viele Coins habt. Genau aus dem Grund macht es meiner Meinung nach ganz klar Sinn, mindestens 6 Coins. Also ich würde jetzt auch nicht irgendwie nur 3, 4 Coins nehmen. Ich finde eine gewisse Diversifikation ist auf jeden Fall sehr sinnvoll. Man kann jetzt natürlich auch sagen, man könnte jetzt nur in Bitcoin investieren. Ist natürlich auch eine Option. Aber ich meine, am Ende des Tages möchte ich dann trotzdem wieder so das Maximum aus dem Bullenmarkt rausholen. Da ist dann halt leider ein Portfolio nur mit Bitcoin nicht sonderlich optimal. Genau aus dem Grund habe ich jetzt hier in diesem risikoärmeren Portfolio ein bisschen mehr Coins reingenommen. Also insgesamt 10 Stück. Ihr seht hier auch schon mal meine Aufteilung. Ich habe Bitcoin und Ethereum ungefähr auf 50-50 gemacht. Also jeweils 25% macht es von meinem Portfolio aus. Kann man sich natürlich die Frage stellen, warum ich Ethereum auch genauso hochgewichte wie Bitcoin. Aber ich finde einfach die Skalierungsmöglichkeiten von Ethereum extrem ansprechend. Und auch das ganze Ökosystem, das auf Ethereum läuft, ist wahnsinnig vorteilhaft. Ich würde sogar behaupten, dass Ethereum im nächsten Bullrun, also vielleicht so Ende 2026, sogar nach Market Cap gemessen höher steht als Bitcoin. Also genau aus dem Grund sehe ich da echt viel Potenzial. Und ihr werdet es dann später auch noch im anderen Portfolio merken, wie hoch ich Ethereum gewichtet habe. Aber für mich macht es auf jeden Fall auch hier schon Sinn, ja ungefähr das ganze 50-50 zu machen. Dann habe ich BNB bei 7%, also Binance Coin. Das ist einfach eine Wette auf die Binance-Plattform. Da braucht man sich nicht viel vormachen und jetzt groß rumerzählen, welchen Use Case der ganze Coin hat. Am Ende des Tages ist es wie eine Aktie, dass man auf Binance wettet. Also das ist natürlich jetzt auch so eine persönliche Präferenz. Ich halte von Binance relativ viel, einfach aus dem Grund, weil die natürlich auch schon stark etabliert sind und auch ein gewisses Monopol haben am Markt. Aber dahingehend könnte man jetzt auch noch optional irgendwie den Crow-Token nehmen von Crypto.com. Also da gibt es natürlich jetzt verschiedene Varianten, aber ich habe jetzt einfach mal BNB genommen, weil ich das für die sinnvollste Variante halte. Dann Polygon habe ich auch noch mit 9%. Ja, sehe ich auch sehr, sehr viel Potenzial, vor allem die nächsten Tage und Wochen, weil da auch nochmal ein großes Update jetzt kommen wird für Polygon. Und bietet dahingehend halt wahnsinnig gute Skalierungsmöglichkeiten für Ethereum. Also die ganzen Probleme, die man noch auf Ethereum hat, werden gelöst durch Polygon. Und genau aus dem Grund sehe ich da wirklich sehr viel Potenzial, gerade auch im nächsten Bullrun. Und deswegen habe ich da auch nochmal 9% genommen. Dann Cosmos mit 6% sehe ich wirklich auch sehr viel Potenzial für den nächsten Bullrun. Einfach aus dem Grund, weil die Lösungsmöglichkeiten auch wirklich sehr gut sind. Also die Idee dahinter, dass man sozusagen das Puzzleteil darstellt für verschiedene Blockchains, dass sie miteinander kommunizieren können, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr sinnvoll. Und genau aus dem Grund habe ich Cosmos auch noch mit 6%. Dann Quant mit 7% bin ich auch sehr, sehr großer Fan. Denn vor allem momentan finde ich Quant für relativ unterbewertet. Irgendwie wird Quant vom aktuellen Markt noch gar nicht richtig anerkannt. Und ich finde, viele sehen das Potenzial noch überhaupt nicht in Quant. Und genau aus dem Grund halte ich Quant für aktuell sehr, sehr unterbewertet. Deswegen auch mit 7%. Lohnt sich gerade in der aktuellen Situation auf jeden Fall nachzulegen. Als nächstes Projekt habe ich Gala. Wird vielleicht einige von euch wundern, wieso das im Risikoarm-Portfolio drin ist. Weil man muss ganz klar dazu sagen, ist noch ein relativ kleiner Coin. Also von den ganzen würde ich den auf jeden Fall als risikoreichsten Coin bezeichnen. Also falls ihr dieses Portfolio jetzt schon für relativ risikoreich wahrnimmt, dann könnt ihr auch Gala rausnehmen und einfach nochmal Ethereum oder Bitcoin nachladen. Aber ich finde gerade mit den 6% macht das auf jeden Fall Sinn in dem Portfolio. Weil ich da einfach nochmal ein Projekt mit reinbringen wollte, was in Richtung Web3 und Gaming geht. Und ich da einfach wahnsinnig viel Potenzial sehe in dem kompletten Markt. Weil ich kann mir echt auch gut vorstellen, dass diese Sparte den nächsten Bullrun dominieren wird. Also ganz Web3, Metaverse, Gaming und da ist Gala auf jeden Fall ein Top-Projekt dafür. Und genau aus dem Grund habe ich es jetzt hier auch im Portfolio. Dann als nächstes Projekt Falkoin habe ich noch mit 4% drin. Ja, ist jetzt vielleicht nicht das mega spannende Projekt. Also finde ich jetzt persönlich vom Use Case nicht sonderlich spannend, aber auf jeden Fall auch wichtig für den Kryptomarkt. Also ist quasi wie die iCloud auf die Blockchain geparkt. Kern von dem Projekt ist eigentlich, dass Falkoin eine dezentrale Datenspeicherungslösung darstellt. Und hat natürlich auf jeden Fall seine Berechtigung. Deshalb ist es auch bei mir im Portfolio hier mit 4%. Einfach aus dem Grund, weil für viele Unternehmen Falkoin auch eine super Möglichkeit dahingehend bietet, wirklich die Daten auch sicher und dezentral zu speichern. Dann habe ich noch mit 6% Uptos, so ein bisschen der Newcomer von 2023. Viele behaupten sogar, das Projekt wäre der Ethereum-Killer. Also da steckt auf jeden Fall auch sehr viel Potenzial. Und ich denke gerade auch im nächsten Bullrun könnte Uptos wirklich sehr, sehr gut performen. Und um das ganze Portfolio jetzt abzuschließen, habe ich noch mit 5% ihr Protokoll. Die haben jetzt sogar auch angekündigt, dass sie ihr Gebiet Richtung künstliche Intelligenz weiter ausarbeiten möchten. Und ich denke gerade im aktuellen Marktumfeld sind künstliche Intelligenz-Coins immer extrem gefragt. Ich denke, wir haben es die letzten Wochen und Monate auch schon gesehen. Die ganzen künstlichen Intelligenz-Coins haben einen wahnsinnigen Hype erfahren. So, bevor wir jetzt gleich zum risikoreichen Portfolio kommen, habe ich jetzt für euch noch ein Portfolio mit USDTether. Einfach aus dem Grund, weil ich denke, viele von euch stellen sich jetzt sicherlich die Frage, ob sie ihr ganzes Kapital jetzt auf einmal in den Markt investieren sollen oder in verschiedenen Branchen nach und nach und wie viel quasi davon, ja, in USDTether mal gehalten werden soll. Weil meiner Meinung nach ist es in der aktuellen Marktsituation, wir sind momentan sehr, sehr volatil unterwegs, gilt für mich persönlich auf jeden Fall die Regel Cash is King. Und genau aus dem Grund habe ich hier noch mit 31% USDTether gewichtet. Also das ist jetzt sozusagen das offizielle Portfolio, was ihr dann auch in die Praxis anwenden solltet. Also falls ihr das Ganze wirklich so 1 zu 1 übernehmen solltet, achtet da bitte darauf, dass ihr genügend Cashreserven habt. Einfach aus dem Grund, dass ihr dann auch später nachkaufen könnt. Falls der Markt nochmal droppt, weil ich persönlich rechne auf jeden Fall noch mit einem kleinen Pullback, mit einer kleinen Zwischenerholung. Wir hatten jetzt echt über 25% gesehen die letzten Tage. Und genau aus dem Grund ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass wir vielleicht nochmal zurückkommen auf 22.000, 21.000 USDTether. Finde ich einfach extrem wichtig, dass man gerade in solchen volatilen Phasen einfach noch Cash übrig hat, dass man dann auf jeden Fall in den Markt noch nachlegen kann. Also achtet da auf jeden Fall drauf, dass ihr da einfach ungefähr, ich habe es jetzt mal so aufgeteilt, dass wir hier circa ein Drittel haben, also orientiert euch da auf jeden Fall mal so an den 30%. Ja, guckt, dass ihr so Minimum 20, 25% auf jeden Fall von eurem Kapital noch in Cash übrig habt, das ihr auf jeden Fall regelmäßig in den Markt nachlegen könnt. Und bevor ihr sozusagen jetzt euer komplettes Pulver auf einmal verschießt, guckt ihr auf jeden Fall, dass ihr noch ein bisschen Cashreserven übrig habt. So, jetzt kommen wir auf jeden Fall zum riskanteren Portfolio. Natürlich dahingehend auch mit deutlich mehr Potenzial. Wird sicherlich einige von euch interessieren. Genau aus dem Grund schauen wir uns das Ganze mal an. Und zwar habe ich als erste Position, und die sticht natürlich stark raus, habe ich hier Ethereum mit 30%, natürlich sehr, sehr hochgewichtet, wenn wir das Ganze natürlich mit den anderen Altcoins vergleichen. Aber ich sehe einfach für den nächsten Bullrun wahnsinnig viel Potenzial für Ethereum. Gerade auch was Unternehmen betrifft, da sehe ich auf jeden Fall Potenzial. Dass größere Institutionen im nächsten Bullrun auch in Ethereum investieren werden. Also ich denke, da wird nicht nur Bitcoin ins Spiel kommen. Und deswegen ist auch Ethereum so hochgewichtet. Und wie ihr schon wahrscheinlich erkennen könnt, ich habe überhaupt kein Bitcoin in dem Portfolio. Und wie gesagt, das ist auch extra das risikoreichere Portfolio. Also dessen muss man sich auf jeden Fall bewusst sein. Und das würde ich auch wirklich jetzt nur empfehlen für Anleger, die schon ein bisschen mehr Markterfahrung haben, die vielleicht schon einen Bullenmarkt mitgemacht haben. Weil ich finde klar, natürlich gehört Bitcoin irgendwie in jedes Portfolio. Aber ich finde, wenn man wirklich das Maximale aus dem Bullrun rausholen möchte und wirklich da ein Stück weit mehr Risiko eingehen kann, dann würde ich Bitcoin wirklich komplett streichen aus dem Portfolio. Weil wie gesagt, ich sehe da bei Ethereum wirklich deutlich mehr Potenzial. Und deswegen sehe ich da keinen Grund, jetzt Bitcoin hier noch mit reinzunehmen. Also wie gesagt, das ist auf jeden Fall so mal meine Entscheidung, wie ich das Ganze managen würde. Dann habe ich als nächsten Punkt Optimism. Ja, mit 4% ist so die kleinste Position jetzt hier von dem Portfolio. Ich denke, wir haben es letztes Jahr gesehen. Der AirDrop war wahnsinnig erfolgreich. Und ich finde Optimism einfach eine mega gute Skalierungsmöglichkeit. Oft der Ethereum, Blockchain. Und ich denke, das bietet auf jeden Fall einige Vorteile. Gerade auch was die Optimistic Rollups betrifft. Und genau aus dem Grund habe ich es jetzt mit 4% in meinem Portfolio. Dann als nächstes auch wieder Polygon. Jetzt ein bisschen weniger gewichtet, wie im risikoärmeren Portfolio. Weil ich finde, Polygon hat sich natürlich auch schon stark etabliert. Und da würde ich auch sagen, ist das Aufwärtspotenzial nicht ganz so stark wie bei kleineren Coins. Ist natürlich klar, je höher die Market Gap, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwie mit einem 100x oder so ausgehen kann. Und genau aus dem Grund habe ich es ein Stück weit weniger gewichtet. Nichtsdestotrotz habe ich Cosmos noch mit 7% drin. Also gehört für mich auf jeden Fall auch dazu. Hat sich auch schon stark etabliert, ja, die letzten Jahre. Genauso wie Quant. Ich habe es vorhin erzählt. Wie gesagt, ich finde aktuell, der Markt erkennt noch gar nicht so das ganze Potenzial von Quant. Und genau aus dem Grund auch hier wieder mit 8% vertreten. Dann habe ich zusätzlich noch WeChain mit 8%. Ihr könnt gerne mal das Video angucken, das ich vor zwei Tagen gemacht habe. Ich werde es mal oben verlinken in der Infocard. Da könnt ihr es euch mal anschauen. Da habe ich WeChain ausführlich analysiert. Da gab es jetzt nämlich ein neues White Papers, White Paper 3.0. Und die hatten eine krasse Kooperation mit der Boston Consulting Group. Also wirklich eine sehr, sehr große Unternehmensberatung. Ist natürlich wahnsinnig bullisch für WeChain. Und ich finde, das Ganze hat sich noch überhaupt nicht im Kurs mit eingepreist. Und deshalb auf jeden Fall ein absoluter Pflichtkauf meiner Meinung nach. Und ich denke gerade auch die Lieferkettenverfolgung, die WeChain natürlich dezentral umsetzen kann. Denke ich, wird die nächsten Jahre auf jeden Fall deutlich mehr an Bedeutung gewinnen. Und genau aus dem Grund WeChain, wie gesagt, absoluter Pflichtkauf. Dann die nächsten Projekte, Falcon und Aptos, auch wieder jeweils mit 5 und 6%. Also ihr seht schon relativ ähnlich wie das erste Portfolio. Natürlich der größte Unterschied wird wahrscheinlich sein, dass ich hier kein Bitcoin drin habe. 2, 3 Coins habe ich noch hinzugefügt. Aber ich hoffe auf jeden Fall, ihr versteht, in welche Richtung das geht. Gerade die Coins, die jetzt hier doppelt vorkommen. Polygon, Cosmos, Quant, Falcon und Aptos. Dass die auf jeden Fall, egal wie risikoreich man sein Portfolio gestaltet, dass sie auf jeden Fall Platz finden sollten, finde ich in dem Portfolio. Das ist natürlich am Ende dann immer nur die Frage, wie hoch man das Ganze gewichtet. Aber dass ihr da einfach Bescheid wisst. Als nächstes Projekt habe ich Algo, also Algorand mit 7%. Habe ich auch mal im letzten Video in den Top 3 Altcoins für März vorgestellt gehabt. Und auch hier wieder unfassbar starkes Projekt. Algorand versucht nämlich auch das Blockchain-Trilemma zu lösen. Inzwischen Sicherheit, Dezentralität und Skalierbarkeit. Also das übliche Problem, das man normalerweise hat. Beispielsweise bei Bitcoin hat man das Problem der Skalierbarkeit. Dafür ist es extrem sicher und extrem dezentral. Und es hat Algorand einfach geschaffen, dieses Trilemma zu lösen. Und schlägt wirklich einen Großteil der anderen Projekte in den jeweiligen Kategorien. Also da sehe ich auch extrem viel Potenzial. Auch der CEO, der dahinter steckt, ist ein Professor. Und deswegen für mich auch absolut sinnvoll hier mit 7% im Portfolio. Dann als nächstes Chainlink mit 5%. Habe ich auch mal mit reingenommen. Aber ich sehe da auf jeden Fall auch nochmal einiges an Potenzial für den nächsten Bullrun. Und erkenne auf jeden Fall auch da den Use Case von Chainlink. Und deswegen habe ich es auch hier mit 5% nochmal drin. Dann habe ich Veracity mit 7% nochmal drin. Das ist jetzt hier in dem Portfolio so der Gegenspieler zu Gala. Beziehungsweise die sind ja prinzipiell so in der ähnlichen Nische. Aber das ist so eine super Alternative im Vergleich zu Gala. Man kann natürlich auch Gala nehmen. Also vom Potenzial her schenken die beiden sich jetzt nicht sonderlich viel. Einfach eine dezentralisierte Videoplattform. Bietet wirklich wahnsinnig viele Optionen. Gerade auch das Ganze auf eine Blockchain zu packen. Wir haben auch einen eigenen Konsensusmechanismus. Protocol of You. Wir haben sich dahingehend spezialisiert, dass Werbegelder, gerade auch was Gaming-Projekte betrifft, dass die einfach effizienter genutzt werden. Weil da anscheinend irgendwie mehrere Milliarden durch Bots nicht effizient genutzt werden. Und genau dieses Problem löst Veracity. Wir haben sogar mittlerweile auch einen eigenen Veracity Game Store. Also auf jeden Fall auch extrem interessant und super vielseitig das Projekt. Also da auf jeden Fall auch wieder viel Potenzial. Und dann zu guter Letzt der Graph noch mit 7%. Für mich auch absolutes Top-Projekt. Hat natürlich auch stark profitiert von dem KI-Hype. Und genau aus dem Grund, finde ich, darf das auf gar keinen Fall im Portfolio fehlen. Weil ich denke, dass dahingehend der Hype rund um KI im nächsten Bullrun auf jeden Fall auch eine große Rolle spielt. Und um das Ganze jetzt nochmal abschließend anzuschauen. Ich habe das Ganze natürlich auch hier wieder gemacht mit USD-Tether. Einfach aus dem Grund, dass ihr euch auch wieder bewusst macht, dass USD-Tether sehr wichtig ist, um einfach in den Branchen nachlegen zu können. Ich habe auch hier wieder 31% gewählt. Wie gesagt, das könnt ihr selber ungefähr variieren. Je nachdem auch natürlich, ob ihr jetzt irgendwie ein geregeltes Gehalt habt, was ihr regelmäßig investieren könnt. Dann kann natürlich der Betrag, was ihr an Cashreserven haltet, ein bisschen geringer sein. Aber wenn ihr jetzt nicht mit einem geregelten Gehalt rechnen könnt, was ihr investieren könnt. Und wir setzen jetzt einfach mal als Annahme, wie jetzt im Videotitel, ich hätte jetzt 10.000 Euro zur Verfügung. Dann würde ich auf jeden Fall ungefähr ein Drittel, also ich würde mal sagen, also zwischen 25 und maximal 35%, würde ich ungefähr als Cashreserven behalten. Und dann einfach gestaffelt in regelmäßigen Branchen nachkaufen. Und so würde ich euch das auch allgemein empfehlen, die nächsten Wochen. Kauft da wirklich regelmäßig nach. Wir können relativ schlecht einschätzen, wo der Markt die nächsten Tage und Wochen sein wird. Einfach aus dem Grund, weil wir momentan extrem volatil unterwegs sind. Wir haben wirklich sehr, sehr viele Faktoren, wovon der Markt momentan abhängt. Wir haben auch noch das FOMC-Meeting, was uns bevorsteht. Und genau aus dem Grund würde ich da auf jeden Fall momentan noch ein bisschen abwarten. Und ich denke, da steht man dann auf jeden Fall auch auf der sicheren Seite, wenn man ein bisschen Cashreserven hat. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr ja lasst natürlich gerne ein Abo da, dass ihr solche Videos nicht mehr verpasst. Weil ihr sonst noch irgendwelche Fragen habt, kommt natürlich gerne in die Telekom-Gruppe. Da können wir uns auch nochmal gerne austauschen, gerade auch was die Portfolios betrifft. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch gerne mal eure Portfolios mir zusenden lassen. Dann kann ich die vielleicht mal in einem Video analysieren und bewerten. Das sind auf jeden Fall mal so Ideen, die ich umsetzen kann. Aber nichtsdestotrotz hoffe ich natürlich, du konntest hier mal einen kleinen Einblick gewinnen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder.